Den spanischen Behörden ist ein Schlag gegen Drogenschmuggler gelungen. Die Polizei entdeckte nach eigenen Angaben in Malaga über sechs Tonnen Kokain. Die Drogen waren in Bananenkisten versteckt worden, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde. 16 Personen wurden in dem Zusammenhang verhaftet. Die Sicherheitskräfte fanden darüber hinaus bei Hausdurchsuchungen noch 300.000 Euro in bar sowie Waffen. Die Drogen sollen aus Lateinamerika stammen und die Ermittlungen liefen bereits seit etwa einem Jahr. An den Ermittlungen beteiligt waren auch Behörden aus den USA und Portugal.